Die neue Woche ist da und es gibt zumindest mal den ersten Anschein, dass man nicht wirklich nur noch nach unten will. Die jüngsten Bewegungen deuten doch eher nach oben. Interessanterweise beim S&P Future, ihr seht das hier oben auf Tagesbasis, ziemlich genau da aufgesetzt, wo es klassischerweise eine gewisse deutliche Unterstützung geben könnte. Alleine durch die Größe der vorherigen Rücksetzer, also zum Beispiel diesen hier. Also diese Größe, wo ich jetzt gerade hin und her wackele, das war der Rücksetzer im April diesen Jahres bis Mai. Ja, Ende April, Anfang Mai. Das ist die gleiche Größe bis zu dieser grünen Marke, das ist also das gleiche Ausmaß. Und da ist natürlich eine Chance, wenn die ungefähr in der gleichen Liga spielen sollen, dass dann auch die Größenordnung passt mit diesen Zwischenhochs. Es gibt eine gewisse Chance, dass der Markt sich daran festhält und eben nicht mehr nach unten geht. Ob das langfristig oder längerfristig so sein wird, das werden wir in den nächsten Tagen sehen und natürlich genau beobachten. Im 5-10-Minuten-Chart sehen wir aber immerhin, dass wir nach einer relativ deutlichen Aufwärtsbewegung, einer klassischen korrektiven ABC-Bewegung jetzt zumindest mal eine Chance haben, noch weiter nach oben zu gehen. Naja, so richtig toll sieht das hier auch nicht aus. Wir sehen, dass die Anstiege noch relativ zittrig sind. Aber es ist durchaus möglich, dass wir jetzt zumindest mal für die nächste Zeit ein bisschen Schwung noch mal nach oben nutzen können. Ich mag es eigentlich lieber, wenn wir wenig, möglichst wenig Rücksetzer haben auf der Bewegung nach oben. Das ist hier nicht so ganz so perfekt. Aber immerhin, wir sind in einer Aufwärtsbewegung und das an einer Unterstützungsmarke. Wer mag, kann natürlich in so einem Umfeld, wenn er so ein charttechnisches Verhaltensmuster sieht, sagen, ich mache mal eine Art Früheinstieg, taste mich da mal rein, vielleicht noch keine große Positionsgröße, um zu gucken, ob der Markt schon trägt, ob die anderen Marktteilnehmer da schon Lust haben mitzumischen. Das ist nicht die doofste Variante, aber nicht zwangsweise immer die richtige, aber eine, die man durchaus im Hinterkopf haben kann. An wichtigen Unterstützungsmarken, Unterstützungsmarken nutzen, um dort eben zu gucken, gibt es eine Bestätigung, dass die ersten Marktteilnehmer Schub nach oben wackelig runter oder irgendwelche Kerzenmuster oder irgendwas anderes, was ihr vielleicht als Bestätigung gerne nehmt. Da kann man schon mal drüber nachdenken. Der Gedanke dahinter war eigentlich der, dass wir brauchen zu dieser Korrekturgröße eigentlich noch mal ein Pendant und das wäre jetzt so ungefähr das, was wir hier haben, also das, was da vorne und das da war. Die nächste Korrekturgröße wäre ja diese gewesen, die wir im Januar bis Mitte März ungefähr hatten. Das ist in etwa die, ich habe es jetzt nicht ganz sauber gezeichnet, aber in etwa die. Und ihr seht schon, die wäre dann eben hier unten in der Nähe der 4300er Marke. Diese Größen müssen nicht immer exakt gleich groß sein, also bitte nicht davon ausgehen, doch, doch, da ist eine Linie, das liegt bei genau und 0,5, muss die Wende passieren. Das natürlich nicht, aber es ist so eine Orientierung, in welcher Größenordnung wir sind. Noch sind wir größenordnungsmäßig hier. Das ist auch gar nicht so unpassend. Und à la das Pause, das Pause und noch mal weiter. Das war die Idee, die wir hier haben. Wenn wir das allerdings deutlich nach unten noch mal verlassen, dann spielen wir möglicherweise erst wieder in dieser Liga. Und das heißt, wenn wir hier ein bisschen drunter gehen, dann kräht da kein Haar nach, aber je weiter es runter geht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann auch noch wirklich, ich hätte fast gesagt, eine Sogwirkung haben, aber zumindest mal der Kurs deutlich unter 4300 noch mal kommt. Alles oberhalb dieser Marke, streng genommen auch über diese Zwischenhochs aus dem Dezember und aus dem Februar, alles oberhalb macht das bullische Bild im Großen noch nicht kaputt. Wir haben darüber gesprochen. Ihr habt vielleicht auch das Gespräch mit Dr. Jörg Rahn euch angeguckt und dementsprechend noch so halbwegs im Hinterkopf, wie die Sorgen durchaus nicht unberechtigt sind, dass der Markt hier vielleicht noch mal deutlich nach unten geht. Markus Fugmann erzählt ja auch regelmäßig, dass sehr viel Druck eigentlich da wäre von der Datenlage, der noch mal sich nach unten entladen könnte. Aber wir werden sehen, ob die Marktteilnehmer diesen Köder dann auch fressen oder ob sie sagen, interessiert uns nicht, was ihr da alles erzählt, wir kaufen einfach tapfer weiter. Das wird jetzt so langsam aber sicher entschieden, zumindest mal beim S&P im Umfeld dieser Marke möglicherweise. Wie sieht es beim Kollegen Nasdaq aus? Nasdaq ist relativ ähnlich und da sehen wir, der Nasdaq ist aber noch eigentlich eine Nummer zu harmlos. Wir sehen, wir sind da noch ein bisschen zu wenig weit runtergelaufen. Ich würde mir durchaus vorstellen können, ich mache das mal ein bisschen größer, wir sind im Tageschart jetzt hier unterwegs, dass wir hier eine andere Aufteilung dieser Größenordnung haben, weil das hier vorne und das schon relativ ähnlich waren, dass wir vielleicht jetzt diese Größenordnung wiederbekommen und die korrespondiert dann ungefähr mit der 15.000er Marke oder mit diesem Umfeld. Also auch hier würde ich jetzt sagen, naja gut, wenn es denn sein soll, alles oberhalb dieser Marke wäre für mich noch in Ordnung. Und die muss er nicht ansteuern, es ist nicht gesagt, dass das jetzt zwingend das nächste Kursniveau ist, was kommt. Aber alles, was oberhalb der 15.000er dieser Zone, die geht eigentlich noch bis 14.800 in etwa runter, würde mich nicht erschrecken aus bullischer, übergeordneter Sicht. Nahkampfmäßig ist natürlich erstmal doof, da sind nochmal 500 Punkte nach unten locker drin. Aber im Übergeordneten wäre das noch kein Killer für den Bullenmarkt. Erst wenn wir ein gutes Stück tiefer sind als diese Marke, 14.500 oder vielleicht ein bisschen dichter oder so in dem Dreh rum, da muss man sich dann schon fragen, was das Ganze soll. Also insofern, wir sind immer noch so halbwegs im Korrekturmodus mit Chance, dass es zu Ende ist. Ihr seht aber, dass das deutlich zögerlicher ist hier im 15-Minuten-Chart als das, was wir eben gesehen haben beim S&P. Also da bin ich mir noch nicht so super drüber im Klaren, ob das jetzt wirklich ein toller Einstieg für die bullische Seite sein sollte. Das wäre vielleicht, auch wenn es noch arg weit weg ist, ihr seht das hier so A, B, C, eigentlich hier so in dem Umfeld 15.900. Soll man wirklich da erst einsteigen? Nee, viele von euch wissen, dass ich das nicht so gerne mag, hier auf gleicher Höhe. Dann hat man wenig Möglichkeiten, den Trade vorteilhaft zu gestalten, was Nachziehen angeht. Also wenn ich mir was wünschen darf, dann soll er auf dem Weg da oben hin irgendwie meinen Schub nach oben machen, wackele ich runter und dann bin ich auch wieder glücklich mit dabei im Sinne einer Schubbewegung, einer Korrekturbewegung und dann eben der Fortsetzung Impuls, Korrektur, Fortsetzung des Impulses. Und was wir im Kleinen haben, trägt dann möglicherweise eben dann im Großen auch weiter. Dafür würde viele sprechen. Aktuell sehe ich es aber noch nicht. Also beim S&P sehe ich so eine leichte bullische Andeutung mit der Einschränkung, die ich eben genannt habe. Ich muss sagen, beim Nasdaq gefällt mir das im Moment noch nicht so sehr. Können sich aber ja noch ändern. Vielleicht bin ich auch zu pampermuselig. Machen wir mal das positivste Bild aus der Geschichte. Rüdiger ist doch nicht so schlecht gewesen. Dann ist das halt eine Seitwärtskorrektur irgendwie sowas. Und hier hinten nochmal runter. Das ist wieder eine dieser berühmten Seitwärtskorrekturen. Da ist der Punkt höher als der. Und es schließt nochmal schubmäßig ab. Das könnte doch dann jetzt das geben. Ganz richtig. Das ist absolut realistisch, dass das passiert. Leider allerdings auch nicht zwingend, dass das passiert. Und insofern kann ich mich nicht blind darauf verlassen, dass das hier funktioniert. Aber wenn er auf diesem Aufwärtsbewegung wieder Schub hoch, also impulsmäßig hoch, so ähnlich wie hier, und dann korrektiv runter auf kleineren Zeitebenen, dann kann man sagen, ist doch genau, was ich immer will. Eine Seite stark, die andere Seite schwach. Und wenn es nicht so ist, sondern eben nur A, B, C, naja, macht ja nichts Zwischenhochnutzen für einen Long-Einstieg mit Chancen, dass es weiter eben noch nach oben geht, also dass wir dann vielleicht sogar noch ein gutes Stück weiter gehen. Ich würde allerdings empfehlen, den Stop dann auch entsprechend hinterher zu ziehen für so eine Situation. Also das wäre etwas, das müsste sich allerdings in den nächsten Stunden jetzt hier erstmal entwickeln. Also der Anfang für diesen Anstieg, der ist ja schon getan, vielleicht noch ein bisschen weiter, muss nicht zwingend, aber dann das Korrektivmuster nach unten fehlt noch. Deshalb kann ich hier jetzt euch nicht konkret sagen, was tun, solange der jetzt nicht runter geht. Es kann sein, dass das erst in den Abendstunden passiert, vielleicht auch erst dann bis morgen. Das werden wir dann sehen. Aber wenn ihr das erkennt, wenn ihr das seht, wäre das etwas, was man zumindest vorläufig nutzen kann. Denkt aber dran, seid nicht zu übertrieben optimistisch, dass noch mal runter gehen bis 1500, nein, 1500 um Himmels Willen, das wäre jetzt was, bis 15.000 beim Nasdaq wäre nicht wirklich von der Hand zu weisen. Ihr seht dieses Verhaltensmuster, das ist ein sehr, sehr typisches, nicht zwingend, aber so häufig, dass man jetzt nicht sagen sollte, kann man mir nicht vorstellen. Dafür ist das zu klassisch, zu typisch. Bleiben wir noch mal kurz bei den Amerikanern. Die Amerikaner haben beim Dow Jones ebenfalls eine mögliche Zielzone erreicht. Das ist diese obere, über die wir noch letzte Woche Donnerstag gesprochen haben, dass es ungefähr in diesem Bereich durchaus klettern kann. Der nächste interessante Bereich, der ist dann ein bisschen tiefer. Ich habe diese große blaue Box, ich mache sie noch mal, die endet irgendwo hier in dem Bereich 14.000, heute habe ich es mit den Zahlen, 34.800 in etwa, das ist so die Unterseite. Alles ungefähr in diesem Bereich wäre noch in Ordnung, mit durchaus guten Chancen, dass es vielleicht gar nicht mehr so tief geht. Also, der ist mehr mit dem S&P im Moment verwandt offensichtlich, wobei wir ja gesagt haben, Nasdaq könnte jetzt auch erstmal ein gutes Stück steigen. Ich sehe also eine gewisse Chance, dass es nach oben geht. Auch hier noch mal ein ganz kurzer Blick auf den 15-Minuten-Chart. Da hatten wir hier vorne einen möglichen Anstieg. Wir hatten anschließend ein ABC nach unten und einen möglichen Fortsetzungs-Move hier. Den muss ich euch jetzt nicht mehr anpreisen, der ist ja schon Geschichte. Aber dass ihr eure Augen ein bisschen danach schult. Dreiwellig ist eigentlich regelmäßig die falsche Richtung. Und wenn das durchstoßen wird, ist das eine ganz gute Chance, dass es dann weitergeht. Und wenn hier das einigermaßen impulsmäßig ist, darüber kann man sich streiten. Aber es wäre durchaus in Ordnung. Ich mache mal ein Beispiel. Erste Welle, zweite Welle. Jetzt sind wir in der dritten Welle. Erste, zweite, dritte, vierte, fünfte. Dann kommt die vierte Welle oder vielleicht auch noch bis hierhin die vierte Welle. Und dann kommt noch die fünfte Welle hinten dran. Wir sehen, dass das hier und das nicht überschneidet, wenn auch knapp. Also die sind noch überschneidungsfrei. Wir sehen, dass das und das nicht überschneidet. Ebenfalls in Ordnung. Also Impuls nach oben, dreiwellig nach unten. Und dann die Voraussetzung, dass das eben nach oben geht. Und wer sich jetzt ein bisschen mokiert, ja, aber das war mir zu langsam. Denkt dran, das ist Nachthandel hier. Ein Uhr bis acht Uhr. Dass da alles sich ein bisschen länger zieht. Da ist ja keiner richtig aktiv. Das ist nachvollziehbar. Aber ihr seht schon, dass man mit diesem Verhalten so in etwa ablesen kann. Okay, das ist wohl eher die starke Richtung. Dreiwellig in die falsche Richtung. Das weiß man. An dem Punkt weiß man es noch nicht, dass es dreiwellig bleibt. Hätte ja auch nach unten gehen können. Aber wenn er dann dieses Zwischenhoch wieder droppt, das, was ich jetzt an der anderen Stelle eben ja schon mal eingezeichnet hatte, dann ist das eben ein Zeichen. Na ja, dann lasse ich ihn doch halt noch mal weiter in die starke Richtung. Und die war diese Aufwärtsbewegung durchaus. Also insofern, der Dow Jones gefällt mir gar nicht so schlecht, was das angeht. Er hat eine ganz gute Chance, dass der sich in diese Richtung richtig entwickeln mag. Der Nächste, wer das jetzt gesehen hat, herzlichen Glückwunsch. Genau richtig gemacht. So sieht das Muster aus, wer jetzt sagt, ah, klasse, hätte ich vielleicht erkannt, habe ich aber nicht drauf geachtet oder keine Ahnung. Dann freut euch, es gibt wieder Chancen, wenn es Korrekturen gibt. Solange das dann überlappungsfrei mit dem Punkt bleibt, hat man die Chance, zumindest die fünfte Welle noch mal mitzunehmen. Und wenn die dann rum ist, nach 1, 2, 3, 4, 5, kommt ja wieder eine große Korrektur. Also sprich, das, was wir hier im Kleinen hatten, also kleiner Anstieg, Korrektur, ist das gleiche wie großer Anstieg, Korrektur. Und ihr erahnt es, der Einstieg wäre dann an dieser Stelle. Also Chancen fürs bullische Bild sind absolut gegeben beim Dow Jones. Das gefällt mir beim Dow Jones ganz gut. Bei den anderen bin ich mir nicht ganz so sicher, aber beim Dow Jones finde ich es nicht so schlecht. Auch deshalb, weil wir eigentlich dort runtergegangen sind, wo ein Dreh recht realistisch zu Ende sein kann. Also der Dow Jones von all den dreien gefällt mir mit am besten. Achtet drauf, dass diese Entwicklung vielleicht in etwa so aussieht. Dann habt ihr vielleicht heute Abend noch mal, im Laufe des Nachmittags und Abends hier, oder vielleicht ist das auch erst bis morgen relevant, dann die Möglichkeit, da entsprechend dann noch mal zuzuschlagen und zu sagen, okay, auf zur nächsten Runde. Abschließend den DAX. Der DAX ist, wenn wir uns das mal angucken, ja relativ weit runtergefallen. Und wir hatten ja zwei Varianten für den DAX. Die eine Variante ist, er fällt wie ein Stein darunter. Das ist Szenario eines Flats. Es gibt aber noch ein zweites Szenario und das Szenario ist ein Double Sideways. Wo haben wir es? Das ist dann das hier. Und dabei ist das da hinten dreiwellig. Einmal, dann kommt eine Gegenbewegung und danach geht es noch mal runter. Das ist im Prinzip das, was wir hier ebenfalls hatten, wo es dreiwellig runtergeht. Es ist statistisch etwas weniger, als dass es steil runtergeht, aber es ist eben auch noch voll normales Prozedere. Und dementsprechend meine Erwartungshaltung, jetzt wo er hier so ein bisschen Gegenbewegung macht, wenn wir zur DAO wirklich ein bisschen hochkommen, gute Laune zeigt, dann macht er auch vielleicht ein bisschen mit. Und dann hat man vielleicht, wenn das korrektiv ist und er anschließend das Zwischentief noch mal triggert. Jetzt komme ich durcheinander mit den Sprachen. Also sprich, meine Idee wäre jetzt, der klettert jetzt in etwa in diese Kiste rein und dieses Klettern sollte eben nicht so dynamisch sein wie diese Abwärtsbewegung, sondern sollte eher irgendwie so aussehen, dass man sagt, ah, guck mal, das ist doch die schwache Seite. Dann hat man hier eine sinnvolle Möglichkeit, das Ding nachher noch mal nach unten zu handeln. Und dann wird auch noch mal diese Marke abgefrühstückt, die wir uns da rausgesucht haben. Also ganz von der Hand zu weisen, es ist nicht. Es hängt davon ab, ob das jetzt korrektiv wird. Wenn es korrektiv ist, dann ist die starke Seite die Abwärtsseite. Und sobald die Korrekturseite Zeichen hat, dass sie beendet ist, und das ist ein Anzeichen, das ist keine Garantie, aber es ist ein deutliches Zeichen, wenn diese Marken durchstoßen werden. Warum ist es das? Na ja, solange wir steigende Tiefs, steigende Hochs haben, geht es wohl weiter. Aber wenn du diese Marke durchstößt, ist eine ernsthafte Chance, dass die Korrektur zu Ende ist. Ja, wenn die Korrektur zu Ende ist, kommt halt eher das, was vorher stark war. Und das wäre die Argumentation für diesen Rückwärtsgang hier noch mal darunter. Und das wäre eben ein völlig typisches Verlaufsmuster. In dem Fall dann eben ein Double Sideways, was ich mir hier noch vorstellen kann. Also für die nächsten Stunden macht es den Eindruck, als ob wir eher noch auf der bullischen Seite unterwegs sind. Denkt aber dran, mindestens beim DAX ist es noch nicht zwingend das letzte Wort gesprochen. Ich würde eher eigentlich das hier bevorzugen, damit wir dann fertig sind und von hier dann hoffentlich wieder richtig durchstarten können. Für den Fall, dass der Kurs hier eben nicht korrektiv hoch geht, sondern, ich zeichne das hier in meinem 5-10-Minuten-Chart rein, sondern, dass er jetzt hier anfängt und sagt, nee, nee, Rüdiger, das ist anders geplant, das ist also noch nicht richtig begriffen. Aber wenn der Markt sich so verhält, ist das nicht verwechselbar mit dieser Bewegung. Also muss gar nicht so lang sein, wie ich das jetzt gezeigt habe. Ich mache es mal ein bisschen weniger aggressiv, dass er sich so verhält. Und also wieder überschneidungsfrei nach oben, hier Korrektur und hier, und die sind weit voneinander entfernt. Und anschließend dann hier eine Korrektur nach unten macht. Dann könnt ihr euch vorstellen, dass mein Geschwätz von der Abwärtsbewegung vorläufig für mich völlig unrelevant ist. Denn dann ist ja die Aufwärtsseite die starke, die Abwärtsseite die schwache. Und wenn wir Anzeichen haben, dass die Korrektur zu Ende ist, die Einladung für Long. Und dann interessiert mich das überhaupt nicht, ob ich euch hier farbenfroh aufgemalt habe, dass er da runtergeht. Denn wenn die Marktteilnehmer keinen Bock zum Runtergehen haben, dann fährte ich nicht Shorten, sondern dann versuche ich auf der Longseite tapfer mitzutanzen. Also ihr seht es, seid nicht eingefahren im Sinne, doch, das muss er jetzt genauso, wie wir das mal irgendwann besprochen haben. Eine der wichtigsten Fähigkeiten der erfolgreichen Händler ist, keine eigene Meinung zu haben und dann dieser Meinung nach zu verharren, sondern zu gucken, was macht der Markt und dann zu sagen, ich habe mit. Immer nur mitmachen. Als Händler seid ihr ein klassischer Mitläufer. Macher sind als Händler nicht gefragt. Es sei denn, ihr habt sehr, sehr viel Geld. Dann dürft ihr auch Macher sein. Aber wenn ihr nicht über dieses Potenzial verfügt und das ist schon sehr viel, was da notwendig ist, dann seid Mitläufer. Klingt langweilig, klingt doof, ist aber genau die Aufgabe eines Händlers. Also in der Hoffnung, dass euch das eine Anregung ist, euch jetzt erstmal alles Gute und liebe Grüße.